Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Minecraft The Herobrine mit mir im Thorsten und gleich mal zu Anfang einen Sprachfehler gemacht, war natürlich Fail, The Herobrine habe ich schon in der Folge aufgenommen, ich weiß jetzt nicht, ne normalerweise, nein die habe ich noch nicht hochgeladen, dann wird es wahrscheinlich jetzt die erste Folge, weil das ist eine drängende Folge, die werde ich auch tun heute noch hochzuladen, weil Christian hat sich leider von uns am Kanal, ja, verabschiedet, er hat jetzt einen eigenen Kanal, ich stelle mal seinen Kanal unten in die Videobeschreibung, ich würde mich, wenn ihr ihn ein wenig abonniert und sowas sehr freuen, und ja, auch wenn ihr ihnen so ein paar Likes gebt und noch ein wenig seine Videos anschaut, würde ich es schon sehr geil finden, weil er sich im Grunde einen neuen gemacht hat, und er will jetzt da noch ein wenig was hochladen, und er wird aber bei unserem Kanal noch seine Projekte beenden, und bei ihm wird jetzt unser Megaprojekt hochgeladen, und ich hoffe, ich werde ihn noch ein paar Mal zu Survival Games überreden können, oder, beziehungsweise zu The Herobrine halt noch ein wenig mit ihm aufnehmen, weil ich habe jetzt, das wird jetzt so eine Art Gommel und Con-Craftat, machen ja auch immer was, und vielleicht wird er auch ein wenig Jump in Run, ich werde halt auf jeden Fall noch mit ihm ein wenig aufnehmen, also keine Angst, er hat sich halt nur von unserem Kanal getrennt, wir könnten halt jetzt halt einfach nur unten in der Videobeschreibung sofort nachgucken, und gleich mal auf den Abonnieren-Knopf klicken, weil ich komme nachts und haue euch, und es geht los. ähm... privileged ist... Stutz wird gerade lecker sein wenig, dann kann man jetzt auch nichts mehr machen, tut mir leid an der Stelle... dann halb ich da in das Kreuz ran. ja, So, ich werde jetzt ein Jump-Leben verlieren, aber ich weiß, YOLO. Und wir gucken erstmal, wo der kurz einschlägt. Und ich hoffe einfach mal, Christian wird jetzt nicht so Ego-Reich sein, nur uns als Rivalen ansehen. Das ist nicht Christians Style, ganz bestimmt nicht. Christian hat schon seine tiefen Zeiten, aber so tief nicht. Und Christian, falls du dir dieses Video anschaust, bitte nicht negativ sehen. Aber auf jeden Fall, mal hoffen, ich kann dir noch ein wenig, ein paar Folgen überreden. Ich glaube auch sehr mit dem Chart. Und ja, das war's eigentlich schon, da wollte ich nur sagen. Es wird heute mal eine kleinere Runde. Ich lade am besten heute einfach beide Folgen hoch. Jetzt dann, bleibe ich noch hoch und dann über Nacht. Ja. Und mal schauen. Ja. Du bringst jetzt erstmal die Schad zurück. Ich hab schon gefahren. Vielleicht kann ich hier noch nicht abgehen. Ja. Sehr streich. Und dann mach ich kurz einen Cut. Tschau. Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft The Herobrine. Und... Ja... Neue Runde. Ich hoffe mal dieses Mal. Wenn wir dieses Mal Herobrine mal ein... Mehr... Besser anstellen. Und hier kann ich noch was. Sooooo picked up picked up Und ich hab ja irgendetwas Ich glaube ich hab ja irgendetwas Ich hab ja... Ich hab ja... Ich zeig ja auch meinen privaten... Ich hab ja... Ist der schon hier. Au. Oh, ganz... Oh, ganz... Er auch nicht. Auf wir, glaube ich. Der Hund ist auch nein! Ich hol mir den Schad. Er ist irgendwo da hinten gespawnt, glaube ich. Gucken wir mal. Okay, hier waren wir doch nicht. Mal schauen, dass es ausschaut. Und ja, vorhin habe ich ja schon gesagt, dass er sich leider von Not getan hat. Nein, doch eigentlich schon. Ja, können wir halt nichts machen. Ich kann dir nicht sagen, was er machen soll. Oh Gott, er geht auf mich, glaube ich. Scheiß drauf. Das ist immer safe. Das ist er. Das ist er, du. Oh, das ist nur der Schad. Und... Wo spawnt er? Wo spawnt er? Ich will ihn halt. Ich will ihn haben. Ich mache meinen F.I.T.O.F. Ich mache mir nur, dass er das ausgemült. Ich habe mal gemacht. Da habe ich mir mal einen Hero rein getroffen. Das war voll traurig. Er ist direkt vor mir. Ich will mehr. Ich will mehr. Ich will mehr. Jawohl. Ich habe ihn jetzt eingeschlagen. WTF? Nein, wo ist der? Ist der da oben gespawnt? Oh Gott. WTF? Da liegt er. Nein, ich wollte ihn. Ich bin gleich da. Oh. Oh, das ist immer wieder rein. Und... Und... Ist dann... Dann hat er Wunsch. Das wahrscheinlich bei dem Schadträger. Und das wird auch den Weg dorthin. Dann machen wir mal lieber... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da ist er. Goldner gehört. Alter. Oh ne Scheiß. Da ist er. Glaube ich. Da ist er. Scheiße. Der Junge war in der Sitzigkeit noch mehr. Ist er aber neben mir gestanden. Bitte jetzt. Wo bin ich noch? Wo bin ich noch? Nein, Quatsch. Da hat man eine Vermutung, dass er... in dem Haus sonst spawnen sagte. Alter. Was ist denn hier denn bitte? Alter. Was ist denn hier denn bitte? Oh. Könnt ihr mal wieder hoch, bevor man trinkt. So. Ohne Scheiß. Wenn ich hier Roborne wäre. Ich glaube der Schad. Okay. Der hat mich noch nicht verloren. So. Mal. Gucken. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Von hier Roborne in der Nähe. Was ist hier noch? Jetzt können wir mal nach. Jo. Brine Yard. Und dann jetzt. Ist er denn da wieder hoch oder so? Nein. Okay. Ich habe nicht so mit dem Motto gefällt. Da oben angeholt. Okay. Wo ist der Spako? So. Aber ohne Scheiß betreibt er sich rum bei Hieri. Fischte Hieri. Ich bin hier oben rein. Ich glaube mal dahinter. Hinten läuft einer. Aber ich glaube nicht, dass er das ist. Habe ich gar nicht drauf. Läuft. Schießen Sie. Ich habe es einmal hinten. Ja, da ist er. Ja. Den schnapp ich. Hm. Wenn wir uns jetzt hier vorhaben. Hm. Was ist das? Lechter Trance. Ich schneide ihn wieder. Jawoll. Okay. So. Wie lange nehmen wir denn jetzt? Oh. Acht Minuten. Ja. Dann war das jetzt leider eine kleine, kleine Folge. Die Hero Brind. Danke. Schön an. Der Hive. Ich habe mal den Zerber. auch unten in die Kommentare. Und wir sehen uns dann später. Ja. Ciao.